Ja, jetzt auf einmal, ne? Du sagst, die Waffenwand sieht anders aus. Ja, wenn wir nicht bloß raffen noch hingehangen und unsere Projektwaffen. Guck mal, bist du ein bisschen unter die Decke jetzt? Ja, machen wir mit 14, ne? Aufreißigen Review-Kram, guckst du. Alter, wir haben die sogar richtig hingelegt, dass du hier direkt so drauf filmen kannst. Oh Mensch, das war schon geplant. Das sagen wir. Herzlich willkommen zum nächsten ACS-Review über eine, äh, wie heißt die Wort richtig? Begadi M14 Socom. Ich google doch mal. Oh, das hat mir vorhin erst gestoßen, Flo. Weißt du noch? Vorhin? Als ich mein Knie gestoßen habe. Alter. Oh, das ist wunderbar. Jetzt hat es nur geknirscht hier, ey. Leck mich doch. Wo war man jetzt? Ihr habt euch gekrügelt. Nein. Das ist eine Zimmer, die, äh, mit Begadi, mit feinsten Begadi Internals bearbeitet wurde und deswegen so toll jetzt ist. Haben die den Karton einfach umgedreht, kann das sein? Guck mal. Haha, das ist ja geil. So, jetzt machen wir ein Review über die Zimmer-CM. Ja gut, so. Das zum Thema Deckel und Verpackung und so, ne? Hier feinste Styropor. Ich würde ja sagen, es ist ausreichend, aber da wünsche ich mir tatsächlich nochmal hier unten wenigstens so eine Pappumrandung, die das Styropor so ein bisschen hält, oder nicht? Man muss ja nur ein bisschen was abbrechen und schon pulzelt da ein Magazin raus. Zum Beispiel, ja. Aber das ist fast nebensächlich. Immer noch obligatorische Packungen BBs, von denen meistens keiner weiß, was das für welche sind. Die man auch nicht verwenden kann oder darf, auch so gut wie jedem deutschen Spielfeld. Brauchen wir nicht. Ein Speedloader ist dabei. Auch so ein Standard-Zimmer-Speedloader. Dunkel getönt. Für das erste wird es ausreichen. Ein Sling mit qualitativ sehr hochwertigen, äh, Stahlkarabinern. Lasst das bitte ab. Ein Imbusschlüssel. Ich weiß nicht, wofür der Imbusschlüssel ist. Ein ganz kleiner ist dabei. Das werden wir gleich noch rausfinden. Und das Rädchen hier. Denn ihr habt, äh, ein Mid-Cap dabei. Mit wieviel Schuss? Warte. 180. Und ein 400 Schuss High-Cap. Was man, haben sicherlich schon einige gesehen, ne. Von hier oben einfach befüllen, BBs reinkippen, fertig. Hier unten entweder ein Rädchen drehen oder hier an der Seite in das Loch den Metallschlüssel. Das ist wichtig. Gibt's nicht auch wirklich aus Plastik. Die brechen dann ab. Den Metallschlüssel rein. Und dann kannst du es so aufdrehen. Okay. Für manche ist das wichtig. Guck mich nicht so an. Flog wieder, weißt du? Äh, ein High-Cap, ey. Das ist hier wieder eine Schussstatistik. 1,50 hat die hier. 20 ABBs. 20 Mal geschossen. Die Abweichungen sind auch relativ gering. Von 1,50 bis 1,54. Sehr gut eigentlich. Oh, steht hier unten sogar. Und das Gewehr selber, ne. Das Wichtigste. Halt, hier ist noch ein Speedloader. Ihh. Ne. Ein Speedloader, Alter. Ein Aufreinigungsstab. Und eine Anleitung. Die vielleicht sogar gar nicht so unwichtig ist. Weil dadurch habe ich nämlich eben gesehen, dass das hier anscheinend der Fire-Selector ist. Oder so. Weißt nicht. Ich sag's euch gleich. Ich hab null Ahnung von M14. Und schon gar nicht, wie man sie zerlegt oder so. Hier ist übrigens die Sicherung. Hier ist die Sicherung. Interessiert eh keinen, weil da ist ein Begadi-Core drin. Deswegen ist die ja so interessant. Meine V7-Gearbox mit einem EF-CS kenne ich so zumindest noch nicht. Aber das Begadi-Core kann halt eh nur Semi. Für die Deutschen ist das sowieso dann am interessantesten. Magazin drin. Komplett aus Stahl. Bis auf Schaft. Also alles, was hier oliv ist. Und obere Abdeckung. Das hier. Und das ist auch das. Ne. Ja, guck mal hier. Ne. Das ist halt das, was echt. Das fällt halt direkt ins Auge. Und das ist auch wirklich unschön. Also das fühlt sich, fasst sich sehr eklig an. Sag ich direkt. Und ich meine, das ist doch auch die Stelle, wo du die ganze Zeit anfasst, oder? Ja. Also ich denke mal, das ist normalerweise Blech. Das hier wird vielleicht schon eigentlich ein ABS-Kunststoff sein oder sowas. Also jetzt bei der echten. Oder halt aus Holz. Aber man darf auch nicht den Preis im Hintergrund vergessen, ne? Bei 279 Euro. Gucken wir uns alles nachher noch genauer an. 603 Tuninglauf. Tensioner von Begadi und Begadi Fly 5. Alles schon drin. Und das Begadi-Core. Das ist heftig. Also ein komplettes Präzisionstriff. Mit dem MOSFET elektronischen Abzugsarbeit. Arbeit. Genau. Und die Zima-Piston, Zylinder und Gears und so sind ja auch echt gut geworden jetzt. Was heißt echt gut? Das ist auf jeden Fall ein gesundes Mittelmaß. Ja, das ist so der erste Eindruck. Plastik hier, Plastik da. Aber alles, was Metall ist, hört sich halt gut an. Hier kannst du das festlegen. Gucke. Das funktioniert auch. Da rüber. Wie hoch hast du mal? Über den Hebel hier. Ah ja. Ne? Und wenn du dann einmal wieder ziehst, dann löst sich und dann schnellst du hier nach vorne. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem 14. Aber dieses Verschlussding soll wohl sehr detailliert nachgebaut sein. Also wenn man es hier nach hinten zieht, dann bewegt sich das hier vorne alles schön mit. Und du siehst, wie das Blech hier, wie das kippt. Gucke. Ne? Wie es so zur Seite kippt und so. Hört sich gut an. Ich finde das Rasseln, das macht richtig viel aus. So ist das, ich weiß nicht, irgendwie so eine Zahnschiene wäre oder so. Lässt du das Visier hier einstellen? Ja, hier vorne nicht, aber hinten. Und wenn du es ausdrehst, wie wackelig ist das dann? Wie wackelig? Ja. Minimal. Das sieht sehr stabil aus. Ja. Ja gut, wer mit sowas spielen will, viel Spaß. Ah, ist vielleicht da für der Imbus? Hier ist ja jetzt so ein Flash-Halter dran. Jetzt muss man da irgendwie den Imbus abkriegen. Jumian, was würdest du davon halten, wenn ich dir näher kommen würde? Wenn du mir näher kommen würdest? So. Auf Platonenscheiben oder? Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Was freust du dich so? Ich wollte den jetzt mal näher kommen, aber jetzt bist du sehr weit weg. Hier gibt es kein Gewinde. Der da. Der da. Der ist für die Madenschraube vom Flash-Hider. Ja. Und damit man die abkriegt, dann muss man das abschrauben. Guckst du? Da. Das schraubt man so ab. Und dann schraubt man die Madenschraube hier raus. Und dann kannst du das so abziehen. Ja. Und dann kann man das auch abziehen. Ja. Kein 14 Millimeter Negativgewinde. So, erstmal stecken wir das wieder zusammen, weil wenn da kein Schaltempfer draufpasst, dann so jetzt mit ganz normalem Gewinde, dann interessiert mich das auch gerade nicht. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist das Hop-Up einstellen. Guckst du da. Dann kannst du hier an diesem Rädchen drehen. Oh, das ist aber sehr konkreter drin. Dann musst du es heller machen. Ich mach es heller. Doch, jetzt ist es heller genug, oder? Ja. Wie so eine Art Rastensystem. Magazin einlegen. Erst vorne so, ne? Ja. Und dann hinten irgendwie. Bisschen locker, aber okay. Hier haben wir so eine Klappe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, damit kannst du das so auf die Schulter legen. Da? Ja. Ne? So irgendwie. Ich glaube, dafür ist das gedacht. Aber hier haben wir noch dahinter eine Klappe, eine weitere. Und da ist dann direkt das Akkufach. Hier ist direkt ein Dienstecker dran. Ist da was drin? Das ist einfach hohl. Und da kommen Akkus rein. Okay. Was hab ich das aussah. Dann wurde das hier so gemacht, dass hier direkt zwei kleine Stecker sind. So ähnlich wie bei G&G. Zum Trennen, damit man dann, denke ich mal, den Schaft irgendwie abziehen kann. Beziehungsweise den fetten Stecker hier da irgendwie nicht durchziehen muss. Weißt du? Stecken wir jetzt mal den Akku dran und hören die uns mal an. Vorher gucken wir noch mal kurz hier. Hier ist nämlich schon direkt eine Rail dran. Die ist auch richtig schön fest an dem inneren Metallteil. Also die hat nichts zu tun mit dem labbrigen Plastikrahmen. Richtig. Das ist nur außen drum hier, das labbrige Plastikrahmen. Und dann kannst du hier direkt irgendwie einen Dot, einen Scope oder sonst was drauf machen, was du möchtest. Oder, was ich auch kenne, ist dann das Ding hier. Dieser Block, da siehst du an der Seite hier so trapezförmiges. Und da kannst du auch hier die Mahnschraube lösen. Vielleicht sogar mit dem Inbusschlüssel. Tatsache. Hier löst du die. Dann kannst du das Ganze abmachen. Und dann gibt es ja auch so Adapter für so eine kleine Mini-Rail. Damit man hier dann halt irgendwie ein richtiges fettes Scope drauf machen kann. Gut, dann stecken wir jetzt mal einen Akku dran. Also hier haben wir einen fetten Block Akku. 1800 mAh, 65C, 11,1 Volt Lipo. Was für ein fettes Ding das ist. Jo. Ne, den habe ich schon, da habe ich schon die Kabel gekürzt und auch einen DIN-Stecker dran gelötet, ne. Der hat richtig saftes. Und der passt hier halt mal ganz easy rein. Ups, weg ist er. Stecker dran. Keine Rückmeldung. Okay. Ah, alter. Okay, das hat aber lang gedauert. Muss sich das überlegen. Sage ich dem jetzt, dass ich soweit bin oder nicht? Also hier ist ein 21 zu 1 Gearset drin. Das heißt schon mal ein bisschen länger übersetzt als die meisten Modelle, die ihr so kennt. Da ist nämlich meistens ein 18 zu 1 Gearset drin. 21 zu 1 länger übersetzt, das heißt der Schusszyklus braucht auf jeden Fall länger. Dazu, schreibt Begadi, ist hier noch ein High-Torque-Motor drin, der natürlich zwar mehr Kraft hat, aber dafür auch weniger Drehzahl, also auch ein bisschen langsamer ist. Aber so wie sich das anhört, ne. Man hört, dass das System wirklich überhaupt gar kein Problem hat, diesen Schuss abzufeuern. So, dafür, dass das Full-Stroke ist, also 16 Zehner und eine 21 zu 1 Übersetzung hat. Und man merkt halt auch sofort, dass da eine Zyklenüberwachung am Start ist, ne. Die Sicherung geht auch. Ich krieg's nicht schneller hin, ne. Daran merkt man dann halt schon wieder, ne. Ist halt schon, ist halt kein richtig krankes Tuning, ist halt ein bisschen langsamer. Aber dadurch, dass der High-Torque-Motor da drin ist und die lange Übersetzung, kann das theoretisch auch, auch wenn es nur 1,5 Joule hat, so locker 2, 2,5 Joule, denke ich mal. Also Begadi gibt an problemlos bis 2,2 Joule, aber ich würde mal locker behaupten, dass das mehr kann. Gucken wir uns lieber die Internals nochmal genauer an, bevor ich das wirklich, mich drauf festnagel. Ist natürlich jetzt auch ein echt kräftiger Akku dran, ne. Darf man nicht vergessen. Ja, das ist ein bisschen, äh, so eine Zugfummelsache, ne. Na, geht. Achso, Motor-Einstellschraube. Hier. Der Motor liegt ja hier so drin und die Einstellschraube ist aber hier. Und da haben sie so einen Mechanismus gebaut, wie du über so ein, über das Eck eine Madenschraube auf so ein Winkelding drückst und das Winkelding drückt dann auf den Motor. Man sieht halt nix, ne. Uff. Was? Okay, ich seh da keine Schraube. Da ist Plastik. Und dann ist da irgendwas Rotes. Dann würde ich sagen, versuch ich mal das Ding auseinanderzunehmen, wa. Klär uns auch, warum willst du dein Ding nicht in jedes dahergelaufene Loch reinstecken? Ich dachte, ich muss hier irgendeinen Knopf drücken. Ich soll hier in das Loch und dann soll ich den Trigger-Guard hochhebeln. Da habe ich doch Angst, dass ich das wegbreche, Mann. Den Trigger-Guard. Ach ja. So ist das bei der echten, ne. Du steckst nochmal rein. Ach. Ach, Quatsch. Okay, also das hängt sich da. Oh, gut. Da hinten. So hinter. So, dann sollst du hier rein. Dann das so hochhebeln, ja. Damit das so ausgehackt ist. Und dann kannst du das hier so hochziehen. So, ne, bis dahin. Und dann einfach gerade hoch abziehen. Und dann siehst du hier, das ist die Verriegelung hier. Zack, dann sitzt das Ding fest. So, also ich nehme jetzt sicherheitshalber schon mal die Stecker hier ab. Nicht, dass ich gleich irgendwo dran rumziehe und auf einmal rupp ich hier irgendwas auseinander. Und dann reiße ich irgendwas ab. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich glaube, ich kann das jetzt schon hier so... Junge. Ey, da soll nochmal einer sagen, ich kann nix. Ja gut, so wirklich verbindungssteif ist das jetzt nicht. Ich drehe nicht weiter, aber es knistert schon. Ich lasse lieber. Hast schon. Ist das sozusagen der Spring Guide oder was? Oh ja. Das ist nochmal so ein Gewicht und hier hinten ist nochmal so ein Puffer, der dann so den Aufschlag nochmal so ein bisschen dämmt und so. Und die Feder hier, die muss stärker. Nur fürs Feeling. Guck mal, das kannst du auch hier... Kannst du auch diesen Spring Guide hier wunderbar so rausziehen. Da muss eine fettere Feder rein, Mann. Ja, die ist so weich, die würde sich dann selber wieder einfach zusammenbiegen. Oder ich kriege sie gar nicht erst wieder rein. Aber für einmal funktioniert es schön. Oh Gott. Ich glaube, letzteres. Nein. Geht. Ich habe immer Angst um meine Bildschirme. Dann weiß ich, wie der Spring Guide aus der Hand fliegt und dann in die Bildschirme. Der schielende Blick dann in die Richtung. Wie sieht das hier? Ja, das sieht schon straffer an. Ja, war schön. Ja, leck mich doch. Die haben nur voll einen am Sender, Mann. Deswegen habe ich auch nur rotes Zeug gesehen. Guck mal. Unter diesen riesen Klecks Schraubensicherung ist irgendwo die Einstellschraube. Alter. Das ist ein Motor echt guter Einstell. Junge, ey. Wenn der Praktikant mal einen schlechten Tag hat, dann... Was ist der Praktikant? Das sind die kleinen chinesischen Händchen, die ist so... Kinderhände. Das war es mit der Kooperation. Auch noch rote, ne? Die müssen immer Endfeste nehmen, ey. Ah, guck mal. Da ist eine Schraube. Warte, ich habe es gleich für euch. Da haben wir es. Jetzt kann ich auch gucken, was für ein Imbussschlüssel das ist. Alter, ist das ein 1,5er Imbuss zum Einstellen der Madenschraube hier? Tatsache. Das ist noch ein bisschen... Das ist wackelig. Wenn du einmal überkaut, hast du verkackt. Jetzt will ich erst mal gucken... Oh, hier guck mal, wie der Motor sich bewegt. Ich sehe es auf Funken da drin. Nee, wieder zurück. Aber es war nicht perfekt. So ist schon besser, ne? Okay. Jungs, also ein bisschen nachstellen muss man theoretisch, aber man muss sie dafür einmal auseinanderbauen, damit man den Kleber wegmachen kann. Das ist so ein Schwachsinn. Ah, guck mal hier. Okay. Also hier ist wirklich Fire Selector, ne? Da hat er einmal dran drehen. Dann bewegt man das Ärmchen hier. Siehst du? Kannst du erkennen? Ja, ja. Gut. So. Dann bewegt man auf der anderen Seite das Ärmchen. Ne? Ja. Und verstellt da theoretisch was. Und ich glaube, das ist aber einfach nur wahrscheinlich deaktiviert. Weil, wie gesagt, Begati Core, nur Semi. Core gehört mehr zur Gearbox, ne? Wir gucken jetzt erst mal, dass wir... Genau, dass wir Lauf und Hop-Up-Unit uns angucken, ne? Ich nehme erst mal meinen tollen Mechanismus-Spring-Guide-Onkel hier wieder ab. So. Und das... Geht kein dran. Ach, leck mich doch. Ich habe mich eben schon gewundert, warum ich das Ding hinten einrasten konnte und dann vorne auch nochmal. Weil die hier einfach eine Raste hingebaut haben. Guck mal. Das ist nicht so wie bei AK, so wie ich es gesagt hatte. Hier vorne ist einfach auch nochmal ein federgelagerter Hebel. Das heißt, wenn ich das Magazin einfach nur gerade reinstecke, rastet es da ein. Und hinten auch. Nur zum Lösen muss ich dann hinten drücken, damit ich es dann so rausnehmen kann. Cool. Wisst ihr? Wieder mal das dazugelernt. Perfekt. Man lernt nie aus. Und ich glaube halt, die Schraube könnte eventuell wichtig sein. Upsi. Die hier vielleicht. Auf der anderen Seite ist auch so eine. So. Und was ich gesehen habe... Guck mal. Da ist ein Splint. Ein Stift. Und da hat schon mal einer drauf umgeklöppelt. Stift ist draußen. Ich kann mich trotzdem nix bewegen. Achso. Kann man vielleicht jetzt einen hässlichen Plastikdeckel hier erstmal abmachen? So irgendwie... Ach, gucke mal. Okay. Und dann kannst du den Außenlauf erstmal abmachen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so gewollt ist. Aber auf jeden Fall ist es jetzt draußen. Eine sehr, sehr verrückte Hop-Up-Unit, die ich so noch nie gesehen habe. Und so wie es aussieht, ist das so aufgebaut, dass man dieses Schräubchen hier... Das ist wirklich nur eine Schraube, die man rein- und rausdreht. Aber die hat Rasten oder wie? Die hat Rasten, genau. Da ist das Rastending. Wenn ich das reindrücke, ist das weg. Und die Schraube drückt dann hier unten drauf. Auf diesen Hebelarm oder was das ist. Und dann drückt es hier oben den Hop-Up-Arm hoch und hinten dementsprechend runter. Und das Hop-Up-Gummi wird reingedrückt. Mit dem Begadi-Tensioner und dem Begadi-Fly, da sieht das schon ziemlich geil aus. Sieht so aus, als wird es rechts ein kleines bisschen mehr gedrückt. Aber jetzt versuchen das einzufangen. Ja, man sieht, dass es rechts doch schon recht deutlich weiter runter geht. Ein 440mm-Lauf, 6,03 Innendurchmesser. Hier ist auch ein stinknormaler AC-Clip. Die Feder, die den Lauf da hinten drückt, ist festgeklebt. Und dann kannst du dir den Lauf rausholen. Das ist auch kein normales Fly 5. Ja, sieht ja gut aus so weit. Und hier ist halt der Tensioner drin. Aha, ein Standard-AEG-Lauf ist das nämlich doch nicht. Deswegen mussten sie doch auch das Hop-Up-Gummi hinten ein bisschen einkürzen. Einfach hinten abgeschnitten. Weil, gucke hier. Hier ist der C-Clip, der von dem M14-Lauf. Und hier ist die C-Clip-Aufnahme von dem Standard-AEG-Lauf. Also ein Standard-AEG-Lauf wird nicht passen. Tja, das ist natürlich blöd. Da müsste mal einer hingehen und mal testen, welche Läufe mit mehreren Schlitzen hier so reinpassen. Ja, Gearbox muss raus. Musst du nur mal eben die Kamera abkühlen lassen. Und ich musste Pause machen und hab schon wieder die Hälfte vergessen. Also, hier kannst du nämlich diesen Pin hier rausdrücken. Und dahinter ist eine Schraube. Äh, eine Feder. Und da ist eine Schraube. Und die müssen wir noch rausdrehen. Und dann können wir, glaube ich, die Gearbox rausnehmen. Kann man nichts machen. Scheiße. Die ist nämlich noch eine kleine Schraube. Ach, sie ist schon irgendwie, wie man es nicht macht. Hallo. So lernt man doch am besten, oder nicht? Indem man es einfach macht. Und hier ist noch eine kleine. So. Hat man die gesehen jetzt hier, ne? Da hinten. Ja. Und da vorne. Ah, jetzt. Ne. Oh, hier ist noch eine kleine. Da. Guckst du? Ja. Die muss auch noch raus. Jetzt aber. Siehste? Wusste ich doch. So. Jetzt ist sie draußen. Ging noch ruckzuck. Ratzfalze. Ich sehe, das Video ist schon kaum. Und jetzt brauchen wir sie wieder zusammen. So wir continue. So, gut. Also, Federschnellwechselsystem haben wir nicht. Das Material hier, keine Ahnung, was es ist. Sieht so aus wie eine ganz normale Standard-Zymer-Gearbox-Shelz. Gucken wir uns jetzt erstmal das Begadi-Kon. Chor an, ne? Würde ich sagen. Das sieht ja so aufgesetzt aus hier. Mit vier Schrauben. Ganz einfach. Und ich denke mal, den Hebel hier, der ist wirklich außer Funktion. Weil der wird hier wahrscheinlich einfach dann irgendwie normalerweise was betätigen an der Stelle. Aber das ist halt weg. Weil das Begadi-Kor halt nur Semi kann, ne? Aber meine Überlegung ist dann jetzt, ne? Das Begadi-Kor, das war ja ziemlich genauso aufgebaut wie die ASCU. Pro. Wahrscheinlich. ASCU-Pro. Irgend so ein Ding halt. Ja. Jetzt stellt sich für mich die Frage, lässt sich jetzt Begadi die ganzen Sachen bei Airsoft Systems herstellen, weil da die ASCU herkommt? Und gibt es dann vielleicht bald eine ASCU nachrüstbar für V7-Gearboxen? Und dann, schön, das ist jetzt einfach ab. Uh, 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 scheiße. Hier müssen wir aufpassen. Das ist geschimpt. Gucke, da ist eine Schimmscheibe drunter. Da klebt noch eine dran. Und da ist noch eine an den Anschraubpunkten. Vorsicht, Vorsicht. Das hier ist der Abzugstaster. Ihr müsst euch vorstellen, das sitzt so drin. Man betätigt hier den Abzug. Und drückt dann dabei hier auf den Taster. So irgendwo an dieser Position. Ne? Dieser Hebel, der sitzt hier so drin. So. Und das wird der Hebel für die Gearüberwachung sein. Quasi der Cut-Off. Das heißt, hier wird das Sector Gear sitzen. Die Nocke vom Sector Gear drückt auf den Hebel. Der Hebel ist hier mit einer Feder so gebaut, dass der immer hochgedrückt wird. Wenn dann die Nocke ankommen vom Sector Gear, wird der Hebel hier hochgedrückt und drückt mit dieser Flanke auf diesen kleinen Taster. Da. Und dann weiß das Begadi Core, jetzt ist ein Schusszyklus vorbei und ciao. Was ist das denn hier? Guck mal hier, auf der Seite. Die ganzen Kontakte da. Siehst du das? Das sind ganz viele offene Kontakte, wo man Sachen anlöten kann. Und hier ist noch... Lecko mio. Achte auf die Anordnung hier, ne? Die sieht genauso aus wie bei den Tastern hier. Das heißt, wenn du so einen Taster hast, lötest du den da drauf, dann hast du nämlich genau die Position, wo der Vollautoschalter gedrückt wird. Wetten? Ja, aber Wunder Pro. Das darf ich illegal machen. Das darf ich illegal machen. Nein. Alter, du hast einen Finger drüber gemacht. Du Sau, ey. Der hat einen Finger über die LED gemacht, der Blödmann. Gut, dann fangen wir jetzt an, die Gearbox zu zerlegen. Als erstes mal hier Abzugsgeschichte und Sicherungsgeschichte ab hier. Den ganzen Hebelmechanismus und so. Das ist nämlich eine rein mechanische Sicherung, die echt gut funktioniert. Also Speed Trigger kann man da... Puh. Das Auseinanderschrauben ist nicht so geil, finde ich. Klar, jetzt muss man weiß, welche Schrauben wo, wie, was. Dann okay, aber drüberhebeln. Dann kann der ganze Schrumpf's hier ab. Und hier müssen wir jetzt erst einmal die hier abschrauben. Und die hier. Den Hebel hier, den machen wir auch ab. Aber so wie sich das anhört, wird dahinter mit Sicherheit eine Kugel sein und eine Feder. Also vorsichtig abmachen. Aha. Hier oben steckt hier drin. Siehst du? Ja. Und das greift hier in diese beiden Schlitze da rein. Dann jetzt nur noch hier die Feder aushaken. Hier hinten am Motorkäfig. Vorsichtig. Und dann den Abzug abmachen. Und dann können wir den Motor rausziehen. Steht natürlich nichts drauf auf dem Motor. D-Type Pinion Gear. Ich glaube, das lohnt sich nicht, den rauszuschrauben aus dem Motorkäfig. Das ist ein Short-Type, falls es irgendwen interessiert. Das Blechlein abschieben. Und jetzt halten wir hier mal ein bisschen gegen. Flo und ich hatten nämlich vorhin so eine kleine Vermutung, beziehungsweise Flo ist da drauf gekommen. Weil die Gearbox, die sitzt ja ein bisschen schräg drin. Die sitzt ja, doof gesagt, so. Lauf gerade, Gearbox schief. Dann haben Flo und ich die Vermutung aufgestellt, dass es dadurch ja total undicht sein muss. Und dass sie deswegen wahrscheinlich eine richtig fette Feder da rein machen, um die Undichtigkeit auf 1,5 Stuhl zu bringen. Wird schon nicht passieren. Hier ist noch eine kleine Schraube. Die habe ich gesehen. Da fehlt außenrum was. Wie, was fehlt außenrum? Ja, von dem Schraubenkopf. Hä? Wenn ich dir das sage, gucke doch. Da ist noch ein kleiner Kreuzschitz drin. Was erzählst du denn? Hä? Ja. Was zum... Da hat auch einer den Schraubenkopf abgerissen. Ist das die neue Sicherungsfunktion von Begatis? Abreißschrauben. Abreißschrauben, damit man die Gearbox nicht auseinanderkriegt. Toll. Jetzt muss ich hier hinten die scheiß Feder festhalten. Und hier vorne muss ich aus der Schraube einen Stift machen, oder wie. Und Angst haben, dass mir die Gearbox nicht reißt dabei. Ich habe richtig Spaß dabei. Zack, neue V7 Gearbox. Gott. Ja, wer baut denn auch sowas? Fick dich. Was? Die Geräusche kannst du dir sparen, ey. Der Blöde, Mann, ey. Hier ist der Rest von der Schraube. Die Schraube ist jetzt abgerissen. Und der andere Rest steckt hier noch im Loch. Das muss ich gleich noch rausprügeln. Aber das Stückchen Gewinde hier habe ich schon mal. Jetzt gucken wir erst mal nach der Schimmung. Wollen wir mal schauen. Also es sind 6mm Lager. Bevel Gear sind Kugellager. Der Rest sind Gleitlager. Ja, das Bevel Gear hat schon noch männlich Spiel. Das kann man schon... Jawohl, ja. Na, das Spurgear hat genauso viel Spiel. Das Sektorgear hat halt gar kein Spiel. Das ist halt einfach fest. Ja, so kann man auch stimmen. Erstmal ist hier wieder natürlich super zähes Fett drin. Wie man es von Zümer so kennt. Das ist ja teilweise wie Kleber fast. Das ist, als hätten die da irgendwie sowas... ...ne Mischung aus Patex und Fett da dran geschmiert. Das Bevel Gear hat 4 Rasten für den Anti-Roselech. Standard. Die Zähne hier sind 10 Stück. Und es ist anscheinend wohl auch ein Standard-Bevel Gear. Sektorgear als nächstes. Das scheint auch Standard-V2 zu sein. Das möchte ich dazu sagen. Aber was nicht passt, ist das Spurgear. Das ist nämlich im Durchmesser um einiges kleiner. Und die Gearbox ist so klein hier an der Stelle, dass man ein Standard-Spurgear nicht reinkriegt. So sitzt drin. Und das wäre ein Standard-Spurgear. Also das wird nichts. Ich denke, da sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Das muss auf jeden Fall drin bleiben. Egal, was man machen möchte. Bei der Lauflänge würde ich auch nicht viel Short-Strohung. Vielleicht ein Zahn, wenn überhaupt. Das ist dazu, dazu, dazu. Hier. ARL. Sieht soweit sehr anständig aus. Die Feder war auch mächtig stark. Also alles perfekt. Da wird es wohl keine Probleme geben. Spring-Guide. Kugel gelagert. Auch ein schöner Aufbau. Ich finde das immer geil, wenn der lange Schaft hier ein Teil ist mit der Auflagefläche der Feder. Das finde ich immer, das ist eine sehr gute Lösung. Dann dreht sich nicht nur der untere Bereich hier, sondern der gesamte Schaft kann sich mit drehen. Teppel-Plate. Natürlich V7-Gearbox. Das muss eine spezielle sein. Und die hat hier dann auch noch so eine Feder drin sitzen. Das erinnert stark an etwas, was ich nie wieder tunen wollte. Du weißt, was ich meine, Hannes. Das liegt ja für mich schon so. Das sitzt hier halt dann so drin. So wie man es kennt. Musst das Ganze wieder so zusammendrücken. Und es fängt jetzt schon wieder an. Mir hat keinen Spaß zu machen. Mosse. Ein Ohrring. Sitzt absolut super in der Teppel-Plate. Null Spiel. In Schussposition. Ganz, ganz minimal. Auf jeden Fall einiges besser als bei den meisten Leuten, die ihre Gewehre tunen. Pisten standardmäßig natürlich wieder ordentlich Schmatze dran hier. Irgendein Silikonfett. So wie man es auch kennt von Syma. Hier mit der dicken Aufpralldämpfung. Einen dicken Ohrring zum Abdichten und einen dünnen Ohrring zum Zentrieren. Komplett geschlossener Zylinder. Und ja, das Ding komprimiert halt sofort. Also ist auch nicht anders zu erwarten bei der Schmatze, die da dran ist. Was ich ein bisschen doof finde, sind die Löcher hier. Die sind ein bisschen klein. Ich denke mal, wenn die ein bisschen größer werden im Durchmesser, würde sich der Ohrring schneller anlegen. Komplette Stahlzahnreihe am Pisten. Sehr gute Standardqualität einfach. Hier ist auch nochmal ein Kugellager drin. Hier würde ich mir noch ein bisschen Fett drauf wünschen. Also die Zylindergruppe ist schon top. Also nicht top, aber kann man so lassen. Ist schon sehr gut. Also beim Pistenhead weiß ich, dass sich die Aufpralldämpfung hier, dass sich das ab und zu mal löst. Siehst du? Das kommt hier an den Seiten so ein bisschen hoch. Wenn sich das halt komplett löst, dann stehst du halt da. Aber in der Regel hält das erstmal eine ganze Weile. Alles in allem. Was die Gearbox wieder mal angeht, sehr, sehr gut eigentlich. Bis auf die Schimmung. Also wir haben jetzt nicht zum Schussbild gesagt, zum Präzisionsbild. Und wir haben keinen Kronenfest gemacht und keinen Kronenktest. Jo. Aber ist jetzt so. Jo. Guck mal, wenn so ein Schussergebnis dabei ist. Weißt du? So ein Kroneergebnis. Was sollen die da nochmal nachkronen? Die erzählen ja keine Scheiße hier. Nee, das hat ja immer gepasst. Ja. Also Fakti zum Gewehr. Ich finde den Schaft halt traurig. Ende. Ende. Es ist halt ein bisschen schade, dass ich null Ahnung habe von der M14. Weil sonst könnte ich euch wahrscheinlich auch sagen, ob man da vielleicht irgendwie einen Holzschaft dran schrauben kann. Aber dadurch, dass das so aufgebaut ist wie die echte, gehe ich mal davon aus, dass das auch so aufgebaut ist, dass man da auch irgendwelche Zubehör-Holzschäfte dran stecken kann. Und dann sieht nämlich die Nummer wieder ganz anders aus, finde ich. Was mich noch ein bisschen eher interessieren würde, weniger der Schaft, sondern mehr diese Plastikverkleidung oben drauf. Ob man die vielleicht irgendwie aus Metall kriegt und die da auch rankriegt. Die gibt es bestimmt mit Blech. Weil das sah schon echt krass gar nicht aus. Also am besten gefallen hat mir auf jeden Fall der komplette Rest, ne? Dieses ganze Verschlusssystem. Gut, Hop-Up-Unit ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Mechanismus und so weiter. War cool aufgebaut und die Gearbox wie gesagt auch. Mit Bega-Decor sowieso kein Thema. Das wäre mein Fazit. Reicht euch das? Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Noch ist das Gewehr hier. Wohl, warte mal. Vielleicht ist es bis dahin nicht hier. Wann kommt denn das Video? Können wir vorspielen im März. Dann ist bestimmt noch da. Oder ich habe es schon... Äh, scheiße. Dann musst du rauspiepen. Das kommt jetzt erstmal alles in die Kiste. Dann kommt es ins Regal. Und dann holen wir die P90 her. Das drehen wir nämlich jetzt direkt im Anschluss. Wo war man jetzt? Ihr habt euch geprügelt. Nein. Bis zum nächsten Mal. Das dritten L bars fights live. Das dritten L cops. Uh. full ond Dark treasure. We've got to book the bookä. We've got to core. Glotte fast Johen we're getting to. Das gründe ist von treasury Jordan Karzab ou Half X im takes W λwt sei Gotoh! Vielen Dank.